Sind Sie ein gewisser Antoine? Dann ist diese Nachricht für Sie. Die Nachricht für meinen Termin beim Chef, den ich im Gedanken Nummer 1 nenne, hat mich im Kellergeschoss erreicht. Was ist die Welt? Ich nehme an, es geht um einen Auftrag, der mir erteilen wird. Die Gleichheit, Freiheit, Bürgerlichkeit haben viele Bluten mit sich gebracht. Vielleicht gibt es ja auch eine friedliche Revolution. Vielleicht gibt es ja die Welt, die bleiben und mein Auftrag, der so wichtig war, ist schon längst überflüssig geworden durch meine Fahrlässigkeit. Du brauchst keine Angst zu haben, kleiner Victor. Nicht vor mir, wie du betrogen hast mit der Revolution. Ist es so zu verwundern, dass der Strom der Revolution bei jeder neuen Krümung seine Leichen ausstößt? Ich habe mich auch immer wieder in der Reihe, die Leute, 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 die Leute Vielen Dank.